moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 2 wir machen einmal hier ja wie ich will hier erfahrungspunkte sammeln weil wir festgestellt haben hier hat sich auch alles gespawnt oder zumindest einiges ich weiß noch wie die noch richtig gefährlich für mich waren boah habe ich auch schon von so einer kleinen fleischschwanze ach da oben schon von so einer kleinen fleischschwanze schon angst gab hier ist aber auch einiges nachgespawnt die müssen wir alle auch noch erledigen ich freue mich sind so viele punkte die hier einfach irgendwo versteckt sein können deswegen gehen wir hier nochmal durch die habe ich vergessen drachen snapper gab es hier auch wir haben den high ground ich hoffe hier ist jetzt nicht noch einer irgendwo versteckt von den drachen snappern andere viecher gerne aber drachen snappern lieber nicht so noch eine weiden wir hatten hier noch die dinger hier 1 2 und 3 die dinger auch noch mal fressen dunkelpilze ab einer gewissen anzahl gab es das jahren in die mana bonus und stärker die dürfen wir nicht fressen genau weiden wir leben die müssen wir auch nicht um kraut die lasse ich mal in ruhe so hier oben dürfte auch gar nichts mehr sein jetzt stellt sich nur die frage welche richtung machen wir zuerst noch mehr dunkelpilze ich finde schön dass die wieder da sind hier noch ein drachen snapper zwei gleich ja überstanden okay deswegen gehen wir aber lieber vielleicht mal schlafen ach so so gibt es noch mal fleisch noch mal weiden wäre dann gehen wir da oben hin ich würde sagen wir machen zuerst in richtung an ihren zum kiraten und dann kennen zuerst in die richtung einmal schlafen ja ich würde wirklich sagen zu oder warte mal zuerst hier vielleicht nicht in richtung canyon sondern zuerst hier unten da wo dieser tempel ist wo war oder wieder hieß war dass wir da erstmal alles frei machen das sind ja alles genug dinger zum sammeln für die erfahrungspunkte das sind die 517.000 brauchen wir schaffen wir das durch jackel da das wieder aufzufüllen die feuer war dran weiß nicht wie gut wir jetzt mittlerweile gegen die sind die waren schon starke gegner wahn mit wohnung liegt wirklich auf wahn wir haben uns nicht so viel wie viel rüstung haben wir gegen feuer jetzt gerade vielleicht kurz vor feuer drachenfeuer 75 die animals die Die Wand auf da oben. So, den auch noch mitnehmen. Dunkelpilz. Noch eine Weidenbeere. Noch eine Weidenbeere. Noch eine Weidenbeere. Buddlerfleisch. Abwarten. Okay, hier ist kein neuer Ort. Aber da ist ein neuer Drachensnapper. Aber nur einer. Ein rostiges Schwert. Was wir den nicht mitgenommen hatten. Oder kam der auch wieder neu dazu. Da sehe ich nochmal einige Drachensnapper. Das waren meine Punkte, ihr Drecks. Achso, der liegt immer noch. Jetzt lassen die meine Punkte hier einfach weg. Ich glaub's nicht. So, nochmal speichern. Und dann gehen wir weiter. Gut. So, ich hab So. Okay, hier scheint jetzt zumindest außerhalb nichts mehr zu sein. Vielleicht drinnen. Drinnen müsste doch bestimmt noch was sein. Ja. Ich müsste definitiv ein bisschen was zu mir nehmen. Nicht den Kronenstöckel. Die Weidenbeere kann ich gerne essen. Snapperkraut esse ich mal nicht. Heilwurzel. Heilkraut. So, das müsste reichen. Hoffe ich mal. Da ist ja noch einer. Okay. So. 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 Das war's. Da ist nichts zu holen. Wo? Da. Jetzt. Okay, hier dürfte dann, glaube ich, nichts mehr sein. Blutet, hatten wir das ja alle schon mal? Ja, das Schöne ist, wir können ja jedes Mal hier zum Teleportstein. Beziehungsweise jetzt gucken wir erstmal, ist überhaupt der Weg zum Teleportstein frei oder sind da Gegner. Aber das sind immerhin ordentliche Erfahrungspunkte, die wir mitnehmen können. Klar, wegen den Graslandsgewänder, die hier waren, das ist ein bisschen schade. Haben wir jetzt 240 Erfahrungsgut, glaube ich, verloren. Ich glaube, es waren 240, oder? Also 80 insgesamt. Ich habe da noch irgendwas gehört. Na, nur eingebildet. Ich habe es mir nur eingebildet. Okay. So, aber hier dürfte... Nur, wie hieß der Typ nochmal da oben? Ich glaube, nur der sei. Obwohl, ich war ja auch noch was gewendet, als damals. Oder auch nicht. Und die können ja sein Bett benutzen, ne? Und wir können hier seine Pfanne einmal benutzen. Wir haben so viel Fleisch mit dabei eingesammelt. Machen wir ein bisschen Fleischbraten a-s-m-r. So, fertig. Lass mal gucken, waren hier noch welche? Nein, hier waren keine. Aber hier können wir ja noch gucken. Ja, hier gibt es zwei Drassenschniffer. Nimm den schlauen Weg. Nimm den schlauen Weg. Wo ist er wieder hin? Ah, warum ist er so doof? Das waren Widerpunkte, die weg sind. Das waren Widerpunkte, die weg sind. Ich hoffe, der spawnt wieder Nars. Ich hoffe, der zählt jetzt nicht als Tod, weil der runtergefallen ist. Weil das sind alles Punkte, die ich brauche. Aha, ein Skelett-Magier. Nein. Nein. Komm her, auf! Da ist ja auch noch ein Zweiter. Er lädt noch seinen Zauber auf. So, umbricht. Au. Joa, okay, der hat nix. Okay, gerade. Das war jetzt ein bisschen heftiger. Da ist nichts zu holen. Gibt es da drin noch jemanden? Ich speichere nochmal. Manu, der kann kommen. nochmal speichern. Und wir gönnen uns noch ein paar Heilsbränke dann. Vielleicht noch ein paar von denen. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Ah, einer kommt noch. Okay, hier ist nicht mehr. Können wir hier wieder rausgehen. Dann sind wir hier auch durch. Äh. Achso. Der Felsen war nur aufgerückt. Der ist wieder da, der Snapper. Immerhin ist er wieder da. Immerhin ist er wieder da. Okay, weil er wahrscheinlich auch runtergefallen ist. Und wenn er hier runterfällt, dann zählt er wahrscheinlich nicht als richtig tot. Okay, die Punkte habe ich noch bekommen. Wenigstens. Wenigstens habe ich die noch bekommen. So, das heißt dann, wir können jetzt ganz normal den Weg wieder gehen. Da ist ja auch noch einer. Da ist ja auch noch einer. So, und hier rum? Ich glaube, hier gibt es sonst keine mehr in dem Bereich jetzt. Darum auch keine. Da ist einer. Bubblins. Ja, Gobblins. Ja, Gobblins. So, rostige Abs. Oh, noch einen Drachen. Da gehen wir gleich hin. So, speichern. Weil ich jetzt nicht weiß, wie es im Quachodrons Grab aussieht. Können wir ihn nochmal rufen? Gefehle. Lustiges Abschiedsfrieden. Notiz. Grün und Vize. Wichtiger Hinweis. Silvestros Dingens. Kirchen. Ach, wir haben jetzt nicht mehr, um ihn zu rufen. Schade. Schade. Okay, schade. Das hätte ich jetzt lustig gefunden. Das wäre jetzt echt lustig, hätte ich ihn jetzt nochmal rufen können. Einfach um ein bisschen zu nerven. Schade. 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 So. Das heißt, hier müsste es gleich auch wieder Gegner geben. So. Ich gehe jetzt erst einmal wieder in Richtung Saturas und so. Um zu gucken, haben wir hier überhaupt den Weg frei. Und zur Not kann man nochmal da pennen gehen. Okay, hier ist frei. Dann gehen wir hier uns einmal schlafen legen. Und dann machen wir uns auf den Weg in Richtung Piratenlager und Canyon. Ja. Würde Sinn machen. Dass wir den Weg dann frei machen. Ich mache jetzt die Folge auch ein bisschen länger. Wieder mal. Das war für mich jetzt irgendwie ein bisschen so ein Schock, ihn da tot rumliegen zu sehen. In der letzten Folge. War doch die letzte Folge. Ich glaube schon, dass es die letzte Folge war. In der letzten. Aber dann chillt euch hier lebendig. So. Wie viel brauchen wir noch vom Nächsten? Äh. Noch genau 10.000. Sage ich jetzt mal. Aufgerundet. Und ne, wir benutzen jetzt erstmal die Teleportsteine nicht. Weil wir uns ja auch die Wege frei machen wollen. So. Wir ziehen schon mal auch unser Schwert. So. Uns fehlen aber auch genau 3 Stärkepunkte. Da haben wir noch mal die Goblins. Wie sind ein paar viele? 1 2 3 4 5 oh und warte ja komm das waren wirklich viele genau spring Okay, hier habe ich dann alle. Hier ist eine Hülle. Waren wir schon mal in der Hülle? Ich kann mich nicht daran erinnern. Doch, wir waren hier schon mal. Jetzt ändere ich mich dran. Komm, wir können zuerst hier runter gehen. Und hier mal alles frei machen, falls hier was ist. Ja, hier ein Lerker. Ja, 120 Punkte haben oder nicht haben? Hm. Okay, hier sonst nichts mehr. Hier unten ist zum Glück, äh, was heißt zum Glück, also hier unten ist leider nichts mehr. Ein Gär. Wünsche ich ihr wer ein bisschen mehr. Also sollten wir vielleicht den Weg da auf einmal runter springen? Und gucken, ob in der Höhle unten wieder was Neues ist. Können wir auch machen später, aber später machen wir. Jetzt erstmal hier will ich den Weg frei machen und den Weg zur Burg. Guck mal, ist irgendwas wieder in der Ruhe. Also hier ist nix und niemand. Und... Außer hier ein paar Dunkelpilze, Heilpflanze und Budlafleisch. Und, was haben wir? Noch ein Heilkraut. Und noch eine Waldbeere. Okay, hier sonst nix neu hinzugekommen. Aber ich find's schön, dass hier was neu hinzugekommen ist. Äh, wo ist ein Alligator Jack? Okay, die Piraten sind auch immer noch da. Nur Alligator Jack ist nicht mehr da. Wenn ich denen gesagt hätte, ich will in seinen Enter Druck, hätte ich dann neue Quests machen können? Pirat, Garret, Brandon, Matt, Pirat. Komm, wir quatschen mal mit Greg. Ist das wirklich wahr? Okay, dann nicht. So. Ich geh erstmal hier rum, gucken. Hier muss es doch wieder was Neues geben. Mit Sicherheit. Ein Lörker oder ein Waran oder so. Hätte ich auf jeden Fall nix gegen. Aber ne, ist leer. Ist wieder mal leer. Ist wieder mal leer. Ich bin am überlegen, eventuell die Pirateneimer kaputt zu hauen. Nicht umzubringen, sondern nur kaputt zu hauen. Für die Erfahrungspunkte. wird sich das jemals ändern. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Gib Heiltränke. Nein, der kann... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was ist das Neues? Ne, äh, Handel. Zeig mir deine Ware. Wer hat denn die falschen Leute gehört? Wie stellt sich das immer so einfach vor? Schwerer Arm. Hier, äh, reine Lehm drin. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Honigtabak. Trautabak. Wann selbst ist der da nicht drauf gekommen? Kann ihn. Eroche hat er. Pfeiler hat er. Hier hat er aber auch Bolzen. Am Lötter Flammen. Das war doch schon vorher klar. Das hab ich früher auch immer gesagt. Äh, das hab ich früher auch immer gesagt. Ja. Das hab ich früher auch immer gesagt. Ja. 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 Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Also, okay. Dann kann ich ihm die Kleinen verkaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Dann die Lurker Plaue. Wohl die würde ich behalten. Wir haben eine Quest damit. Toll, Phil. Das ist doch alles nur Gerede. So. 38 Laborwasserflaschen haben wir. Meinst du mir geht es besser? Schattenläuferfälle. Hier ist die Knochen von Skelett. Zähne. Hochstall behalten wir mal. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Und wir gehen noch einmal da. Da drüben gucken. Ich will jetzt wissen, ob da. Wieder Lurker gibt's. Ah, ne Warane waren hier. Keine Lurker. Ah. Steck ich fest? Rutsch ich runter? Okay. Ich komm mal. Ich komm unten an. Neuer Feuerwaran. Da ist nirgends drin. Da ist nirgends drin. Inso. Genau dort. da ist nix neues drinnen vielleicht extrakte heilung lebensenergie wo kam denn der dämon her so okay also ich glaube ich muss hier rum oder nein ich muss wirklich durchs wasser dann würde ich sagen wir leben uns einmal ins bett von skip darf er sich auch zu uns ankuscheln kommen heißt gar nicht mehr und dann würde ich sagen um den canyon kümmern wir uns in der nächsten folge und vielen dank dass ihr wieder mit dabei war ich bin's euer max deus und ciao so 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 so